Viele fragen mich, was ist das und wie nutze ich das? Also das ist Dachlager für Heckbereich und du brauchst es nur dann, wenn die Heckklappe abgebaut ist, so wie jetzt bei diesem Fahrzeug hier. Und hier wird das so eingesetzt. Die Heckklappe ist ab, hier wird das reingelegt in die Dachrinne, so der Hebel. Und dann kann ich von hier aus arbeiten. Dachlager für Heckbereich. Ja und wenn du mehr solche Videos von mir sehen willst, nicht vergessen zu liken, meinen Kanal abonnieren und Kommentare hinterlassen.